Herzlich willkommen zu diesem Interview im Rahmen des Kongresses starke Kinderseelen bewusste Elternschaft der neuen Zeit. Heute zu Gast, zu Besuch, Herr Gerald Hüther, Hirnforscher, Gründer der Akademie für Potenzialentfaltung in Göttingen, Autor, Vater von drei Kindern und vieles, vieles mehr. Herzlich willkommen, Herr Hüther, schön, dass Sie heute da sind. Ja, ich grüße Sie und alle, die uns jetzt hier zuschauen und zuhören. Ich wünsche allen noch einen schönen Kongress und hoffe, dass wir ja einen spannenden Beitrag miteinander durch unser Gespräch liefern können. Ganz bestimmt, ja, danke. Ja, für uns soll es ja heute um Potenzialentfaltung gehen. Und das Ganze ist ja so ein riesen, riesen Bereich, über den wir sprechen können. Ich gebe den Ball einfach an Sie weiter, Herr Hüther. Wo wollen wir denn anfangen? Wir müssen den Begriff Potenzialentfaltung erst mal klären, weil ich immer häufiger sehe, dass es Leute gibt, die bei anderen die Potenziale entfalten wollen, die bei anderen die Potenziale entdecken wollen. Und das ist natürlich Schwachsinn, weil das in mir angelegte Potenzial kann ich nur selbst entfalten. Da können mir andere bestenfalls dabei helfen, indem sie Rahmenbedingungen schaffen, wo das sehr wahrscheinlich wird, dass ich in so einen Entfaltungsprozess komme. Aber machen muss ich. Also es ist wie mit dem Gesundwerden. Also der Arzt kann meinen Arm, wenn er gebrochen ist, ordnen die Schienen, dass die Chance relativ groß wird, dass der wieder gerade zusammenwächst. Aber zusammenwachsen muss er alleine. Das ist Selbstheilung. Also Selbstheilung ist so was ähnliches wie Potenzialentfaltung. Eigentlich passiert das von alleine. Aber man muss eben natürlich in einer Welt, in der es auch ziemlich viele ungünstige Verhältnisse gibt, muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man seine Kinder davor schützt, dass die sich nicht irgendwie verlaufen. Und das ist eben das Neue, was die Hirnforschung da in den letzten zwei Jahrzehnten zutage gefördert hat, dass unser Gehirn eben nicht durch genetische Programme gesteuert wird. Dann bräuchte es sich ja nicht zu entfalten, sondern da könnte es ja einfach das Programm abspulen, sondern dass es sich sozusagen ja selbst organisiert unterwegs. Also wir müssen unterwegs, jedes Kind muss unterwegs rausfinden, wie das Leben geht. Und wir können es ihm ja ein bisschen zeigen. Das hört sich aber auch schon so an, als müsste man es da unterrichten. Also wir können ihm helfen, den Weg zu finden. So ist das schön, indem wir ihnen zeigen, was wir schon alles gefunden haben und was sich für unser Leben dann auch bewährt hat. Also das schöne Bild, was man sich als Eltern mitnehmen können könnte, ist, wir sind alle Suchende, alle Menschen überall auf der Welt. Und am meisten natürlich, wenn man auf die Welt kommt und noch gar nicht weiß, wo es lang geht. Und dabei brauchen Kinder kompetente Begleitung. Wobei diejenigen, die diese Kinder begleiten, sich eben auch selbst an die Nase fassen sollten und sagen, ich weiß auch nicht ganz genau, ob das stimmt, was ich mir da so ausgedacht habe. Ist das jetzt wirklich so wichtig, dass mein Kind Abitur macht oder hat mir das nur jemand eingeredet? Also kann man dann plötzlich sehr viele interessante Fragen stellen. So, also Potenzial ist das, was in einem Lebewesen, gilt ja nicht nur für uns Menschen und auch nicht für das Gehirn, das ist das, was in einem Lebewesen angelegt, was daraus werden könnte. Und da warnt man schon, das größte Potenzial haben sie gehabt, als sie noch eine eben befruchtete Eizelle waren. Da hätte noch alles Mögliche werden können und hat sich dann aber so gefügt, dass sie daraus geworden sind, weil es ausgehend von den genetischen Anlagen dann bestimmte Bedingungen gab, innerhalb derer es nur noch so gegangen ist. Das ist großartig. Sie haben schon vorgeburtlich eine Menge gelernt, haben dann auch diese wunderbare Erfahrung gemacht, dass sie aufs engste mit einer anderen Person verbunden sein können und trotzdem aus dieser Verbundenheit heraus immer jeden Tag ein kleines Stückchen über sich hinaus wachsen können. Am Ende haben sie dann auch die Geburt geschafft. Und was sie dann empfinden, wenn sie draußen sind, ist natürlich Verunsicherung, weil so war es ja nicht vorher. Und dann suchen sie das wieder, was irgendwie so ähnlich ist wie das, was sie schon kennen. Und deshalb suchen alle Kinder dann diese Wärme, diese Geborgenheit, diese Verbundenheit. Und die Mütter schenken denen das ja dann auch normalerweise. Hier sieht man an der Stelle, das muss ich einfach mal so dazwischenrufen, an der Stelle sieht man, dass Väter was anderes sind als Mütter. Ich kann das nicht. Also ich kann auch einem Kind Geborgenheit schenken, aber ganz kleine Kinder, die gerade auf die Welt kommen, die kennen die Stimme der Mutter, die kennen den Duft der Mutter, die kennen die Lieblingslieder der Mutter, die wissen sogar, was die Mutter am liebsten ist, weil das alles mit in dieses Fruchtwasser kommt. Und deshalb erkennt dann ein Kind am allerschnellsten die eigene Mutter wieder und fühlt sich bei der geborgen und nicht so sehr bei mir als Vater. Also trete ich dann, Sie wollen ja auch immer ein bisschen wissen, was ich so gemacht habe, ich bin dann eher ein Stück zurückgetreten und habe den Raum gelassen, dass erstmal die zwei sich wieder miteinander in dieser nun eben geöffneten Welt finden können, die da die ganze Zeit miteinander verbunden waren. Und meine Aufgabe als Vater und als Mann ist es eher, diese Begegnung zwischen Mutter und Kind nach der Geburt zu schützen. So, das heißt, ich passe auf, dass da nicht irgendwelche Leute rumrasen, dass da nicht so viele Verwandte kommen, dass die beiden nicht dauernd gestört werden und dass da ein ordentliches Essen an Land kommt, dass die sich miteinander dann auch aneinander erfreuen können. So, das wäre ich, würde ich sagen, das ist die Aufgabe des Vaters. Und nicht das Kind auf die Brust zu legen und nun gleich dem nun diese Geborgenheit schenken zu wollen, das kann er später immer noch machen. Das kann die Mutter einfach viel besser, weil die so riecht und weil das Kind diese Mutter schon kennt. Naja, und dann geht es eben los, dass das Kind diese Verbundenheit findet und dann weiß jeder, da gibt es noch ein zweites. Das ist ja dann wie ein Bedürfnis. Man hat das vorher die ganze Zeit gehabt. Das ist so, als ob ich die ganze Zeit immer weiß, dass wenn ich abends um fünf nach Hause komme, meine Frau da ist und dann komme ich plötzlich nach Hause und meine Frau ist nicht mehr da, dann kann ich sagen, das ist eine Erwartungshaltung, so heißt es dann. Und das nennt man dann ein Bedürfnis. Und das Bedürfnis heißt, ich gehe davon aus und ich möchte gerne, dass meine Frau zu Hause ist oder ich möchte gerne, dass ich diese Verbundenheit wiederfinde, die ich schon aus dem Mutterleib als Erfahrung mitgebracht habe, dieses Verbundenheitsgefühl. Und wenn das dann gestillt werden kann, dann kommt das zweite Grundbedürfnis zur Geltung. Und das kennen wir dann auch alle. Wenn es Kindern gut geht, fangen sie an zu spielen. Und da geht es um das eigene Entdecken. Da geht es, also hirntechnisch würde man sagen, das Kind fängt an, seine eigenen Lernerfahrungen selbst zu konstruieren. Da muss keiner kommen, der das macht, sondern wieder braucht es einen Raum. Das müsste dieser geschützte Raum sein. Und Material findet das Kind sowieso. Und wenn es die eigenen Finger sind oder die eigenen Zehen oder irgendwelche anderen Dinge, das muss nichts Besonderes sein. Aber man wird dann sehen, dass Kinder, denen es gut geht, wo das erste Bedürfnis gestillt ist, dass die dann sofort anfangen, die Welt zu entdecken. Spielerisch. Und solange das der Fall ist, könnten sich Eltern zurücklehnen und können sagen, großartig. Wenn das Kind aufhört, die Welt entdecken zu wollen und dauernd nur am Rockzipfel der Mutter hängt und jedes Mal, wenn die Mama da rausgeht und ein Riesentheater macht, dann heißt es, irgendwie hat das Kind nicht diese innere Sicherheit. Es hat ständig Angst, dass die Mama es verlässt. Und dann muss man das erstmal in Ordnung bringen, bevor man dann mit viel Freude sich wieder daneben setzen kann und zuschauen kann, wie das Kind wieder spielerisch entdeckt, was auf dieser Welt alles möglich ist. So, und weshalb ich das alles so sehr lange ausführe, ist ja nur, dass wir uns anhand dieser Beschreibung nochmal daran erinnern, dass das alles von alleine geht und dass der Potenzialentfaltung das Normale ist, was da stattfindet. Und worüber wir uns unterhalten müssen, sind die Dinge, die man so machen kann und die man als Kind beim Hineinwachsen in diese Welt erleben kann, was dazu führt, dass dann keine Potenzialentfaltung mehr stattfindet, sondern wo das Kind mit Problemen belastet wird, für die es keine Lösung findet. Und die Lösungen, die das Kind dann findet, sind dann auch nicht so gut. Das ist ja, was wir wollen, sind ja Kinder, die ganz weit auf sind, also für das, was es in der Welt alles zu entdecken und zu gestalten gibt. Und sobald ein Kind ein Problem hat, dann geht der Fokus zu. Dann guckt es nur noch, wie kann ich jetzt dieses Problem lösen. Und das häufigste Problem und das schwerwiegendste Problem, was Kinder haben, ist nicht, dass die jetzt mal mit dem Spielzeug nicht zurechtkommen oder irgend sowas. Das sind alles lösbare Probleme für Kinder. Das schwerwiegendste Problem ist, wenn sie erleben müssen, dass sie wie ein Objekt behandelt werden. Und jetzt wird es bitter für viele, die uns jetzt hier zuschauen. Und dieses Gefühl bekommt ein Kind automatisch, wenn Eltern ihr Kind zum Objekt ihrer Erwartungen machen. Also schon vorgeburtlich wäre sich da, wenn Eltern sich da einreden, sie möchten lieber einen Jungen als ein Mädchen, dann haben sie sozusagen da schon einen Blick auf das Kind. Und dann ist es, wenn es auf die Welt kommt und nicht das richtige Geschlecht hat, schon schwierig. Und dann gibt es noch viele andere Vorstellungen, die Eltern so haben, wie das Kind zu sein hat und was sie sich so wünschen. Und dann macht man den anderen zum Objekt seiner Vorstellung. Das ist Mist. Noch schlimmer wird es dann, wenn man dann anfängt, das Kind zu belehren und mit klugen Ratschlägen zu überschütten. Das kennen wir dann ja auch alle. Und noch schlimmer wird es dann, wenn man es auch noch bewertet. Wenn ich das Kind zum Objekt meiner Bewertungen mache. Und zwar in beider Hinsicht. Das hast du aber gut gemacht. Wunderbar. Oder aber das machst du bitte nicht, sonst habe ich dich nicht mehr lieb. Furchtbar. Das ist Abrichtung und Tresur und das gehört in den Zirkus. Und selbst dort haben die Zirkus-Dom-Türe gemerkt, dass das auch nicht die richtige Methode ist, um wirklich einen Tiger dazu zu bringen, dass der mit Freude Kunststückchen vollführt. Man sieht dann solche, die immerzu nur Belohnung haben wollen oder solche, die ständig Angst haben, dass sie sozusagen einen mit der Peitsche kriegen. Das hoffe ich, dass das Eltern auch nicht wollen. Das passiert aber, wenn man das Kind zum Objekt seiner Bewertung macht. Und dann kann man es noch zum Objekt seiner Maßnahmen machen. Und auch noch schließlich am Ende auch noch seine Antworten. Wenn es größer geworden ist. Und immer dann, wenn man ein Kind zum Objekt macht, in dieser gestillerten Weise werden beide Grundbedürfnisse gleichzeitig verletzt. Wenn ich sie jetzt zum Objekt mache und sage, wenn sie jetzt nicht bald mal eine ordentliche Frage stellen und weiter hier so rumsitzen, dann finde ich sie ziemlich doof. Das stört dann sehr unsere Verbundenheit, die sich gerade aufzubauen beginnt. Und wenn ich ihnen sage, was sie für Fragen zu stellen haben und gefällt es nicht, solche Blöden, dann haben sie auch das Gefühl, dass sie gar nicht mehr frei dieses Gespräch gestalten können. Und dann müssen sie, in dem einen Fall müssen sie ihr Bedürfnis unterdrücken, mit mir verbunden zu sein. Und in dem anderen Fall müssen sie ihr Bedürfnis unterdrücken, etwas gestalten zu wollen. So, und das geht auch. Das macht das Hirn. Da werden hemmende Verschaltungen da drüber gebaut. Nicht gleich bei einmal, aber wenn es häufiger passiert und dann ist es weg. Dann kann man gehorchen, dann macht man das, was die anderen sagen. Und dann will man auch gar nicht mehr mit denen verbunden sein und dann sagt man blöde Mama oder irgend sowas. Und dann ist man dann schon sehr in unserer heutigen Welt der Erwachsene angekommen. So, das war jetzt eine lange Rede, aber damit habe ich den Rahmen ein bisschen umrissen, worum es eigentlich geht. Und eigentlich ist es total einfach. Und wir kriegen es einfach leider nur so schwer hin, weil wir alle durch diese Mühle gegangen sind, wo wir ja selbst zum Objekt gemacht worden sind. Und jetzt kommt diese neue Generation, die dann ja auch mit ihrem Podcast angesprochen wird von Eltern, die merken, dass da was falsch war und würden es gerne richtiger machen. Und da glaube ich, dass es gut ist, wenn die dann sich miteinander unterhalten und nach Wegen suchen, wie man es richtig macht. Weil man kann sich auch beim Versuch, es anders zu machen, auch wieder verlaufen. Die 68er war sowas. Die kamen da aus den furchtbaren Erziehungsmethoden der 50er Jahre. Und dann haben sie sich von allem losgesagt und haben dann anti-autoritäre Erziehung gesagt. Und in Wirklichkeit, was sie gemacht haben, sie waren völlig verantwortungslos ihren Kindern gegenüber. Das ist ja im Grunde auch wieder eine Objektivierung, kann man sagen. Also ich ändere jetzt total meinen Erziehungsstil. Ich mache jetzt einfach gar nichts mehr, weil dann wird mehr aus meinem Kind. Also es ist ja schon auch eine Manipulation eigentlich. Ja, aber da merkt man, wie subtil das ist. Man hat eine Vorstellung, wie das werden soll und macht es zum Objekt dieser Vorstellung, weil man möchte, dass es mal revolutionär wird, wie man selber einer ist. Und deshalb schafft man es in Kinderladen und dort soll es lernen, wie es sich im Leben durchsetzt oder was auch immer. Und das ist in Wirklichkeit völlig verantwortungslos, weil man ja auch damals schon wusste, dass es so viele, ich nenne die immer gerne Rattenfänger, also weil es so viele gibt, die Kinder abholen, verführen und zwar nicht sexueller Missbrauch, sondern mit Bonbons oder irgendwelchen Geschenken oder mit ihrer Angeberei. Und dann laufen die Kinder anderen Kindern oder Erwachsenen hinterher, orientieren sich an denen und verlaufen sich hoffnungslos, weil das ein vollkommen falscher Weg ist, wohin die da laufen. Also in die Drogenszene zum Beispiel, das ist nicht der Richtige. Oder in die Durchsetzung eigener Interessen mithilfe von destruktiver Gewalt. Das ist furchtbar, aber ist alles passiert. Ja, und passiert immer noch und es geht auch so schnell. Geht sehr schnell und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass die Eltern nicht so, dass sie verstehen, dass sich das Kind verlaufen kann auf seiner Suche, wie das Leben geht und dass sie, weil sie ja mehr Erfahrung haben, dem Kind helfen müssen, dass es sich nicht verläuft. Und dazu gehört jetzt auch mal, dass man ab und zu mal Nein sagt. Geht hier bei uns nicht, mache ich nicht mit. Läuft nicht. Irgend so was, wo man nicht das Kind bewertet, sondern wo man dem Kind deutlich macht, Nein, mit mir nicht. Ja, absolut. Ich muss ja auch merken, dass es mit einer eigenständigen Person zu tun hat. Sonst kann das Kind sehr leicht auf die Idee kommen, dass es seine eigenen Interessen durchsetzen kann, auf Kosten der Interessen von anderen. Wer das gerne will, der muss es so machen, aber ich glaube, das ist kein gutes Modell für die Zukunft, wenn man so groß wird. Ja, und für mich kommt auch noch dazu, wenn ein Kind auch mal ein Nein hört, dann spürt es ja auch, dass es selber auch Nein sagen darf. Also wenn es denn Nein sagen darf, ja. Kann natürlich auch so laufen, dass nur die Eltern Nein sagen dürfen. Da werden wir dann wieder auf Abwägen, auf Holz wegen. Aber ich merke das ganz klar, dass mein Sohn auch ganz aus tiefstem Herzen Nein sagen kann und Nein, so will ich das nicht. Und Mama, du bist mir zu laut. Ja, dass er einfach weiß, er darf auch für sich sorgen. Und er darf auch sagen, so nicht. Ja, klar, das ist das, was dann am Ende eigentlich vielleicht sogar das Allerwichtigste ist, dass man als Eltern nur liebevoll mit dem Kind umgehen kann, wenn man liebevoll mit sich selbst umgeht. Das ist natürlich dann manchmal ein bisschen schwer, weil man ja auch wieder das ganze Leben lang gelernt hat, sich für andere aufzuopfern, für andere alles zu machen, was die von einem erwarten, jeden Tag arbeiten zu gehen, damit man genug Geld hat. Und keine Ahnung, am Ende sind viele Eltern heutzutage eben, ob sie es wollten oder nicht, in so einem Hamsterrad gelandet. Und da kann es eben dann sehr leicht passieren, dass man nicht mehr liebevoll mit sich selbst umgeht. Dann verliert man den Kontakt zu sich selbst, zu seinem eigenen Körper, zu seinen eigenen lebendigen Bedürfnissen. Und dann funktioniert man dann nur noch so. Und das ist dann nur noch eine Frage der Zeit, wann dann die Ehe zerbricht, wann die Kinder weglaufen und man dann in eine schwere Sinnkrise gerät, weil man sich selbst verloren hat in diesem Hamsterrad. Und da ist es dann schon günstig, wenn man ab und zu unterwegs, wenn man innehält und sich fragt, gibt es denn jetzt vielleicht auch irgendwas, wie ich mir was Gutes tun kann. Das hat mit Egoismus nichts zu tun. Also das wird immer dann gesagt, du bist aber jetzt egoistisch. Nee, ich tue mir was Gutes. Und das ist vielleicht sogar das Gegenteil vom Egoisten, weil der Egoist, der braucht immer andere, die er über den Tisch ziehen kann, wo er angeben kann, die er ausnutzen kann. Also ein Egoist ohne andere Leute, das macht überhaupt keinen Spaß. Aber liebevoll mit sich selbst sein, da brauche ich ja überhaupt niemanden. Das kann ich am besten im Wald. Also das hat mit Egoismus überhaupt nichts zu tun. Das hat sehr viel mit Selbstfürsorge zu tun. Und die ist uns allen in dieser Art von Erziehung, die wir durchlaufen haben, wir mussten das unterdrücken. Also wir hätten es gekonnt. Ingeniert worden im Grunde. Ja, wir hätten es gekonnt. Das war Potenzial, aber das konnte sich leider nicht entfalten. Weil wir in Situationen gebracht worden sind, wo wir dann doch unser lebendiges Bedürfnis nach Zugehörigkeit lieber unterdrückt haben, weil es dauernd verletzt worden ist. Oder unser Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten haben wir lieber unterdrückt und nichts mehr gestaltet. Weil wir dann gemerkt haben, dann tut es nicht mehr so weh, wenn man immer das machen muss, was andere einem sagen. Also Hausaufgaben und all diese schönen Sachen, die man dann in der Schule hat. Ich habe früher übrigens immer gedacht, die Schule sei der Ort, wo man am schnellsten zum Objekt gemacht wird und wo die lebendigen Bedürfnisse unterdrückt werden. Das können Sie dann mal auch im Rahmen dieses Kongresses mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen machen. Fragen Sie die mal, was das wichtigste Bedürfnis ist, was sie gerne wieder hätten, weil es nicht mehr so richtig da ist. Und die Antwort, die ich dann immer kriege, ist, drei Viertel sagen, das ist dieses, dass ich frei bin, dass ich gestalten kann, dass ich so, also Autonomie. Und das ist das, was wir eben beschrieben haben mit diesem Hamsterrad. Die fühlen sich alle irgendwie in so einer Mühle. Und wenn man dann fragt, und wann haben Sie dieses Bedürfnis das erste Mal in sich selbst unterdrücken müssen, da habe ich gedacht, kommt Schule. Und da kommt bei drei Viertel Eltern aus. Und das ist sehr interessant, weil das bedeutet, dass es in der Schule nur weitergeführt wird. Man kommt schon, also jetzt würde ich sagen, man kommt schon mehr oder weniger gebrochen in der Schule an. Jedenfalls als jemand, der nicht mehr mit dieser ganzen Unbekümmertheit spielerisch die Welt entdeckt, sondern der schon guckt, ob das alles richtig ist, was er da macht, ob die anderen ihn dann auch mögen, wenn er das so macht. Ja, und er vielleicht auch. Ob er von dem anderen gemocht wird. Und dann wird dann der Blick, der eigentlich für die ganze Welt da ist, immer hänger. Am Ende gucken wir nur noch, ob die drei Freundinnen in der Klasse einen noch mögen. Tut alles dafür, dass man denen gefällt. Das ist natürlich furchtbar wenig. Also man kann in dieser Zeit ja so viel lernen. Und wenn man dann sich vorstellt, man hätte drei Freundinnen oder vielleicht sogar noch mehr, die nicht solche Anforderungen an einen richten, dass man auch dieselben Ohrringe haben soll und genauso geschminkt und keine Ahnung, was die sich da alle gegenseitig erzählen, sondern die also so wie Pipi Langstrumpf unterwegs wären. Und mit drei solchen, da könnte man genug entdecken. Da ging die Post ab. Und da braucht man dann wieder Eltern, die dann das aushalten, weil dann ist die Schule nun nicht mehr das Zentrale, wo man unbedingt hin will. hin will. Jedenfalls, man will natürlich lernen, wie verrückt, aber die merken dann schnell, dass das, was da in der Schule stattfindet, nicht das ist, was sie brauchen. Sie brauchen Futter. Und das ist wahrscheinlich das, was dann auch schon vorher in der Familie passiert, denke ich. Eben dieses, ich hinterfrage, was in der Schule passiert. Also wenn ein Kind sehr frei aufgewachsen ist, die ersten sechs Jahre, dann, also ich bin davon überzeugt, dass die Kinder das dann eher hinterfragen würden, was da so passiert. Und die Kinder, die vorher, Sie haben gerade das Wort gebrochen benutzt. Es ist hart, aber im Grunde ist es so. Die gebrochenen Kinder, die hinterfragen das erst gar nicht. Die reihen sich ein in die Schlange und machen, was erwartet wird, weil sie kennen es ja nicht anders. Das ist ja noch schlimmer. Das sind ja dann auch diejenigen, die viele Erwachsene für besonders artig und brav halten. Die freuen sich über solche Kinder. Also in dieser Zeit, wo die alle ihre Masken da aufsetzen mussten, wie viele Erwachsene gab es, die dann gesagt haben, guck mal, die Kinder sind das, die machen das viel besser als die Erwachsenen. So toll sind die Kinder, dass die diese Masken aufsetzen. Vordergründig kann man das natürlich schon als Erwachsener sagen, aber man muss sich mal fragen, was das für so ein Kind bedeutet, den ganzen Tag mit so einer Maske rumzulaufen und dann Abstand zu halten und seine ganzen lebendigen Bedürfnisse so sehr zu unterdrücken, dass es also am Ende wirklich alles so macht, wie man das von ihm erwartet. Und dann macht man das ja als, was weiß ich, als siebenjähriges Mädchen jetzt schon zwei Jahre oder so. Das wäre so, als ob ich als 70-Jähriger das 20 Jahre schon mache. Ja, das ist ein langer Zeitraum. Dann komme ich natürlich hinten anders raus nach 20 Jahren immer zu. ständig einen Bogen um andere Leute machen und ständig Angst haben, dass ich meine Oma umbringe, wenn ich der zu nahe komme und was noch alles dann. Und deshalb sehen die Kinderärzte und die Kinder- und Jugendpsychiatr und die Therapeuten jetzt auf einmal auch so viele Kinder, die wirklich einen erheblichen Schaden unter diesen Bedingungen erlitten haben. und deshalb wäre es jetzt so wichtig für die Eltern, dass die sagen, okay, dann ist, wenn die Kinder so gezwungen waren, ihre Lebendigkeit zu unterdrücken über diesen Zeitraum, dann ist jetzt der Unterrichtsstoff erst mal egal. Und da müssen wir versuchen, denen die Chance wiederzugeben, wieder lebendig zu werden. Also raus in den Wald, raus in die Natur, spielen miteinander, die Welt entdecken, aber bloß keinen Unterricht machen. Und da merkt man schon, dass viele Eltern, die uns jetzt hier zuhören und zuschauen, sagen, oh, aber wann sollen sie denn das alles nachholen? Und der sollte doch jetzt schon Englisch können und das hat er auch nicht gelernt, weil die Schule so die ganze Zeit nicht funktioniert hat. Da muss man dann einfach, also man müsste als Eltern versuchen rauszukriegen, was wirklich das Wichtigste ist für das Kind. Ist es wirklich wichtig, dass die Abitur 1,0 machen oder ist es wichtig, dass die in dieser Zeit bis zum Abitur ihre Freude am Lernen nicht verlieren? Das könnte sein, dass das viel wichtiger ist, dass die noch mit 17 so irrsinnig neugierig sind und alles Mögliche lernen wollen. Und dann würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass solche Kinder auch wirklich einen guten Weg finden im Leben. währenddessen ich mir nicht so sicher bin, ob die Angepassten, die da Abitur 1,0 machen und dann ihren geraten Weg gehen, so wie Mama und Papa sich das gewünscht haben, ob die da glücklich werden. Viele von denen kriegen dann sehr schwierige Entwicklungen. Also Essstörung ist so ein Beispiel, selbstverletzendes Verhalten. Man könnte fast sagen, die mögen sich selbst nicht mehr. Und das will man, das ist ja auch klar, wenn ich das, was in mir lebendig ist, selten unterdrücken muss. Das sind ja nicht die Eltern, die das unterdrücken, sondern die Eltern oder die Erwachsenen schaffen eine Welt, in der das für das Kind gar nicht anders geht. Wenn es dort überleben will, muss es seine Bedürfnisse unterdrücken. Ist uns ja auch so angetan worden, aber wenn das dann doch zu massiv wird, dann mag man sich selber nicht mehr. Aber ich kann mich auch an eine Zeit erinnern, wo ich mich nicht gemocht habe. Also wo ich war nicht schön genug und ich war nicht sportlich genug und ich war nicht eloquent genug und keine Ahnung, was mir alles an Vorbildern vorgehalten worden ist, wie ich eigentlich zu sein hätte. Und deshalb wäre das toll, wenn Kinder so das Gefühl hätten, dass sie erst mal so wie sie sind, total okay sind. das nennt man dann bedingungslose Liebe, dass man das Kind einfach so erst mal nimmt, wie es ist und wunderbar und dann müssen wir zusammen, liebes Kind, du und ich, wir müssen rausfinden, wie wir es hinkriegen. Und dann kommt was ganz Schönes. Die meisten Eltern haben ja auch ihre lebendigen Bedürfnisse schon so unterdrücken müssen, sodass die auch schon sozusagen mehr funktionieren, als dass sie leben. Und wenn man dann als Erwachsener diese Chance hat, ein Kind zu beobachten, was gerade noch so klein ist und noch nicht durch uns erzogen worden ist, sondern in seiner ganzen Lebendigkeit mit seiner Aufgeregtheit und seiner Neugier und seiner Offenheit und seiner Lust und so unterwegs ist, dann ist das Kind eigentlich der größte Schatz, den man so finden kann, weil das Kind hilft einem dann aus seinen eigenen Verklemmungen und Vergrustungen und was da alles so im Hirn entstanden ist, Blockaden, das Kind hat das alles nicht. Und das Kind hilft einem aus der eigenen Fehlentwicklung wieder rauszukommen. Also eigentlich ist das Kind ein Ent... Man verwickelt sich im Laufe des Lebens und das Kind ist wahrscheinlich... Kinder sind die besten Entwicklungshelfer, die es gibt. Ja, meinen Sohn, den nenne ich zwischendurch nur noch Meister. Das ist mein Meister, was ich von dem alles lerne, der mir den Spiegel vorhält. Ja, man kommt so ein bisschen dann runter, dass man da ständig meint, man müsse die erziehen. Klar, die brauchen unsere Führung und die brauchen unsere Kompetenz und so, das ist schon alles richtig, aber die haben natürlich auch was. Das sollte man nicht mit seinen Erziehungsmethoden dann futsch machen. Dann hat man sich des größten Schatzes beraubt, den die Kinder mit auf die Welt bringen. Nicht so gut. Ja, das klingt immer so, wir legen mal einen Schalter um, ist es natürlich nicht, werden alle Zuschauerinnen hier auch wissen, aber sich auf den Weg zu machen und sich immer wieder zu hinterfragen. Ich weiß ja, ich darf Sie fragen, wie war das denn in Ihrem Familienverbund damals? Ihre Kinder sind ja wahrscheinlich alle drei schon erwachsen. Sind Sie von Anfang an da so kritisch mit Erziehung, mit Objektivierung umgegangen oder gab es irgendwann ein Umdenken? Wie war das bei Ihnen? Ich glaube, dass man das gar nicht absichtlich machen kann. Also das, das macht man entweder oder man macht es halt nicht. entweder hat man so ein Gefühl für das, was die Kinder brauchen oder man hat es nicht. Und ich habe das nicht in Büchern gelesen und ich habe damals auch noch keine Ahnung gehabt. Ich hätte das, was wir jetzt besprechen, auch noch nicht ausdrücken können. Das heißt, das ist dann nur so eine Art Gefühl, dass das besser wäre. Und dann habe ich, manchmal habe ich aber vielleicht auch ein bisschen aufgepasst und da ist mir was aufgefallen. ich habe sehr häufig meine Kinder, meinen Kindern, also ich, ich habe denen eingeredet, dass ich mit denen in den Garten gehe, gerne, um im Garten was zu entdecken. Und dann habe ich ihnen, und dann, ja dann, in Wirklichkeit wollte ich den Garten umgraben und habe sie nur beschäftigt. und habe denen ab und zu mal so einen Regenwurm gezeigt oder irgendeinen Käfer, der da hochgekommen war. Und das ist Mist gewesen. Das glaube ich, würde ich nicht nochmal machen. Entweder man ist richtig für das Kind da und sagt, okay, jetzt bin ich da und jetzt machen wir was miteinander und nicht noch was Drittes. Oder ich muss dem Kind sagen, du, pass auf, ich habe jetzt hier was zu tun, ich muss den Garten umgraben. Wir können jetzt nicht miteinander spielen. Ja, Ehrlichkeit, Authentizität. Diese Ehrlichkeit zu sagen, dass das jetzt eigentlich nicht passt, weil ich was anderes zu tun habe. Und das ist so ein Beispiel, wo ich jetzt sagen würde, das habe ich da gelernt, aber ich habe es natürlich auch falsch gemacht. Ich habe es nur dadurch gelernt, dass es mir aufgefallen ist. Ja, das finde ich ganz spannend. Darf ich fragen, was ist da denn in Ihnen vorgegangen? Also was war der gute Grund, warum Sie das damals so gemacht haben? Wollten Sie Ihr Kind nicht enttäuschen? Hatten Sie Sorge, das ist immer, ich glaube, das ist dieses Effizienzdenken in unserer heutigen Zeit. Also ich habe meiner Frau gesagt, ich übernehme die Kinder, aber gleichzeitig wollte ich auch noch den Garten umgraben. Und dann habe ich nach so einem Weg gesucht, wie das beides gleichzeitig geht und bin erst aufgewacht, als die Kinder einfach weggelaufen sind. Die sind ja dann auch ehrlich. Also nachdem ich Ihnen den dritten Regenwurm da gezeigt hatte und Sie da immer irgendwo im Gras sitzen sollten und zugucken sollten, wie ich den Garten umgrabe, da haben die sich einfach auf den Weg gemacht und sind weg. Und dann habe ich nachgedacht und habe gemerkt, wenn ich die Kinder wäre, wäre ich auch abgehauen. Und das ist so was, ich glaube, das ist sehr hilfreich, wenn Eltern das können, dass die ab und zu was in die Haut der Kinder schlüpfen können und die Welt aus deren Augen anschauen können. Das sieht alles ganz anders aus. Dieses Beispiel, wenn ich jetzt zwei Kinder habe, die sind meinetwegen noch beide Jungs und der Altersunterschied ist nicht so groß, also vielleicht nur zwei Jahre, dann mache ich ja, eigentlich bemüht man sich als Eltern alles gleich zu machen für die beiden, dass es nicht ungerecht ist. Und dann merkt man aber, dass die doch ganz unterschiedliche Wege gehen und sich auch nun gar nicht so gleich immer so entwickeln und dann denkt man, das ist eine unterschiedliche Persönlichkeit oder das ist die Vererbung oder was man da alles für Gründe einführt. Und wenn man aber jetzt sich in die, in den Älteren hineinversetzt, dann merkt man plötzlich, verdammte Kacke, für den stehen ja alle elterlichen Türen Sperrangel weit offen. Papas Schoß, Mamas Brust, der kann auch rauskriegen, was die besonders gerne haben, wie er ihnen besonders gefällig sein kann und das macht er auch alles. Das ist ja sozusagen auch ihm nicht übel zu nehmen, dass er da versucht, diese Welt so zu erobern, dort wo es den Eltern besonders viel Freude macht. Und dann kommt der Zweite. Der ist zwei Jahre jünger, der hat keine Chance. Aus dessen Perspektive betrachtet, ist diese Welt, die der Erste hatte, zu. Da sitzt der Erste nämlich, und zwar kräftiger. Und der räumt das auch nicht, das Feld. Also bleibt dem Zweiten eigentlich gar nichts anders übrig, als irgendwie hinterlistig, kreativ, was weiß ich wie, Wege zu finden, dass der mal so eine Tür aufkriegt. Dass er den Ersten mal so überholt an der Seite und mal doch der Schnellere ist, der auf Papas Show sitzt. Wenn man das so rum betrachtet, wird einem plötzlich klar, dass das eine völlig absurde Vorstellung sein muss, wenn man glaubt, dass nur weil man die Kinder gleich erzieht, hinten auch das Gleiche rauskommt. Und das sagt das auch deshalb, um die Eltern zu entlasten, dass die kindliche Lebenswelt wird nicht nur von den Eltern gestaltet. Das hängt auch von den anderen Familienmitgliedern ab, von Freunden, Bekannten vom Kindergarten und der Kinderkrippe und wo die Kinder noch alles hin müssen. Und da kann es eben durchaus passieren, dass das Kind in bestimmte Situationen kommt, wo es eine Lösung suchen muss. Und da heißt die Grund, vielleicht das Grundprinzip, vielleicht machen wir das noch zum Schluss, weil das so schön ist, was im Hirn verankert wird, ist nicht das Problem, das ist die Lösung. Liebe Eltern, schaut euch an, wenn ihr mit irgendetwas nicht zufrieden seid bei eurem Kind oder euch etwas auffällt, etwas, wo man sagt, oh, eigenartiges Verhalten, ein bisschen zwanghaft, ein bisschen zu verrückt, ein bisschen zu chaotisch, ein bisschen zu ängstlich oder ein bisschen zu laut oder ein bisschen zu naseweiß oder ein bisschen zu was weiß ich was, was die Kinder euch vorführen, ist die Lösung, die sie gefunden haben. Und das hängt damit zusammen, dass im Hirn immer dann, wenn man ein Problem hat, kommt es ja durcheinander und das hält das Hirn nicht lange aus, das kostet zu viel Energie und dann muss irgendeine Lösung her. Und findet man halt erstmal irgendeine, man kann da ja auch nicht immer gleich die Beste nehmen, sondern was weiß ich, wenn ich merke, mir entgleitet die Kontrolle, weil meine Eltern so ein bisschen undurchschaubar sind. Dann versuche ich zwangsläufig, muss ich dann versuchen Kontrolle reinzukriegen in den Laden. Und da kann ich aber das mit den Eltern nicht so, und dann mache ich das wenigstens in meinem Zimmer, dort wird dann alles schön aufgeräumt, damit alles unter Kontrolle ist. Und dann versuche ich es auch mit meinen Freunden so zu handhaben, dass ich das alles unter Kontrolle behalte. Und am Ende in der Gesellschaft hier unterwegs sind, hat es ja manchmal den Eindruck, als ob ein Drittel der Gesellschaft von diesem Kontrollwahn befallen ist. Dann merkt man, man ist da nicht alleine. Das kann einen auch trösten, dass es anderen genauso gegangen ist. Aber es macht auch, vor allem wenn man Kinder ins Leben begleitet, kann man gucken, was die für Lösungen finden. Und je schneller man dem Kind hilft, eine ungünstige Lösung wieder durch eine bessere zu ersetzen, desto breiter wird wieder die Welt. Also so einer, der so alles kontrollieren will, der hat eine sehr enge Welt. Der ist ja nur damit beschäftigt, alles zu kontrollieren. Der kann ja gar nicht so viel erfahren kann, gar nicht machen. Dann musste man sagen, okay, dann gucken wir mal, dass der es nicht mehr nötig hat, immer Kontrolle auszunehmen. Das finde ich ganz spannend, weil da frage ich mich dann, wo da einen Cut setzen oder wo eingreifen, weil also Kontrollzwang, weiß ich jetzt nicht, ob ich das bei dem Beispiel auch hinbekomme, aber zum Beispiel wenn Kinder dann in extreme Schüchternheit verfallen. Ja, das Rückzug, ja. Genau, und sich gar nicht mehr trauen. Die wollen möglichst gar nicht gesehen werden. Ja, genau. Das heißt aber, dass die irgendwann, wenn sie sich mal gezeigt haben, haben sie eine auf die Nuss gekriegt. Genau, zum Beispiel. Und dann gibt es andere, die wollen immer zugesehen werden. Das kann ja nur heißen, dass die keiner gesehen hat. Ja, und dass die irgendwo zeigen müssen, dass sie noch da sind. Das ist ja dann eine Lösung. Dann gehen die über Tisch und Bänke in der Schule, nur dass sie überhaupt einer sieht und dann kriegen sie Ritalin und ADHS diagnostiziert und das ist dann auch keine Lösung. Ja, genau, das ist es dann nämlich auch wieder. Da greifen die Eltern dann wieder ein, versuchen das wieder zu unterdrücken. Also mein Kind ist zu schüchtern, ich muss da jetzt mal dran arbeiten und das finde ich immer sehr schwierig. Was ist dann wirklich, also welche Schüchternheit ist vielleicht einfach der natürliche Charakterzug Schüchternheit und welche Schüchternheit ist vielleicht erlernt als Schutz zum Überleben quasi? Das ist dann die Frage, die man sich stellen muss. Prozent ist Schutz zum Überleben, ja. Und als Charakterzug gibt es das gar nicht. Es gibt natürlich Menschen, die sind ein bisschen zurückhaltender, aber das ist nicht diese Art von angstbesetzter Zurückhaltung, die man dann bei solchen Kindern findet. Und bei vielen Erwachsenen. sich selbst genug, die setzen sich in die Ecke, die brauchen meistens auch keinen, die sind sehr, eigentlich, die ruhen sehr in sich selbst, das hat ja mit Schüchternheit nichts zu tun. Und das sind so Temperamente, das kann man wohl sagen, es gibt welche, die sind so von der Grundstruktur ein bisschen aufgeregter und es gibt welche, die sind ein bisschen ruhiger, aber das war's dann schon, der Rest ist alles Lösung. Und wenn man so eine Lösung hat, dann wird die im Hirn sozusagen, das sind ja bestimmte Netzwerke, die da aktiviert werden und da geht im Hirn dieses Belohnungszentrum an und da werden bestimmte Botenstoffe und solche sogenannte Wachstumshormone ausgeschüttet und dann werden die Netzwerke, die man für die Lösung benutzt hat, also um zwanghaft alles wieder zu ordnen, die werden dann gedüngt. Und da werden die immer dicker. Und bis man dann am Ende eine Zwangsstörung hat, was wir nicht hoffen wollen, aber bis man in der Zwangsstörung angekommen ist, hat man eben, wie wir eben gesagt haben, sehr viel Raum im Bereich des Normalen, wo man dann auch ganze Gesellschaften, also die deutsche Gesellschaft ist sicherlich eine Gesellschaft, wo man sagen muss, im Verhältnis zu den Italienern oder gar den Südamerikanern haben wir alle eine Zwangsstörung. müssen alles kontrolliert werden und das dienen genormt und alles geregelt und sonst geht es nicht und da gibt es auch andere Kulturen auf der Welt, die haben da nicht so ein Problem damit. Die sind da einfach entspannter. Ja, die haben andere Lösungen gefunden, also die kümmern sich dann einfach um andere Sachen und das ist ihnen wichtiger, dass zum Beispiel mit den anderen in so einem ständigen Austausch sind. die regeln alles über Beziehungen. Das ist auch eine Lösung, dass man ständig in so einer Hektik ist miteinander und es ist aber auch sehr ermüdend, also ich kann das auch nicht so gut aushalten, wenn Leute so viel immer zu reden müssen. Ja, und das, ich kann das mittlerweile sehr gut zuhören und da entsteht dann ja auch wieder so ein Kreislauf, solche Menschen, also und ich schließe mich da nicht aus, ja, ich bin auch groß geworden in genau diesem System, solche Menschen werden dann wieder auf ihre Kinder losgelassen im Grunde, so die, so diesen Kontrollwahn haben, die diesen machen wir sowas, wenn einem dann die Augen aufgehen, das steht in Welfi da drin, erkenne dich selbst und wenn ich das plötzlich selbst merke, das ist dann, dann geht es mir plötzlich so, wie als ich damals mit meinen Mädchen diese Regenwürmer da immer ausgebuddelt habe, in dem Augenblick, wo ich es merke, was ich da für Mist mache, höre ich damit auf, weil das Schlimme ist, dass man den Mist macht, ohne ihn zu begreifen und gar nicht zu merken, dass man es so bescheuert macht, man macht es so, wie alle das gemacht haben oder man macht es so, wie man es schon immer gemacht hat oder man macht es so, wie man es auch selbst als Kind erlebt hat, aber das ist unreflektiert, man ist sozusagen wie ein Zombi unterwegs, bis zu dem Augenblick, wo die Augen aufgehen, mein Gott, was mache ich denn, je dauernd benutze ich das Kind als Objekt meiner Vorstellung, also ich habe schon kleine Mädchen erlebt, die wollten unbedingt prima ballerina werden, nur weil die Mama eine gescheiterte prima ballerina war und die hat das gut gemeint, weil die wollte nämlich tanzen und dann ging es aber nicht, Papa hat es nicht erlaubt oder sowas und jetzt tut die alles, dass ihre Tochter jetzt den Wunsch, den sie mal hatte, verwirklicht und da spricht ja nichts dagegen, nur man muss es wissen, also wenn die das nicht weiß, was sie da tut, dann überfällt die ihre Tochter damit und da kommt die auch gar nicht raus, aber wenn sie darüber nachdenken kann und kann sich fragen, warum sie denn jetzt unbedingt will, dass das Kind tanzt, könnte es sein, dass es ihr auffällt oder es könnte auch sein, dass sie einfach sagt, nee, das ist einfach, weil das, ich möchte, dass es die Erfahrung machen kann, wie das ist, wenn man sich in diesem Tanz körperlich spürt, da habe ich kein Problem mehr, weil dann weiß ich, dass das Kind auch jederzeit damit aufhören kann, ohne dass die Mama traurig ist, dass sie so viel Geld investiert hat oder so viel Hoffnungen in das Kind gesetzt hat, damit es dann mal eine große Tänzerin wird. Ja, oder sogar noch Erwartungen haben, du solltest dankbar sein, dass wir dir das ermöglichen, noch Druck aufgebaut wird, ja, 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 wir könnten das ewig weiter spinnen, ja. Also was ich jetzt schön finde an dem Gespräch ist, wie normal das alles ist, worüber wir hier reden, dass man keinen Ratgeber braucht, um das zu sehen, da muss man nur die Augen aufmachen und vielleicht reicht das, das ist ja dann auch der Vorteil von solchen Gesprächen, diejenigen, die uns hier zuschauen, denen sagen wir ja nicht, was sie machen sollen, aber vielleicht kommen die selber auf eine Idee. Und wenn ich noch etwas hinzufügen darf, Augen aufmachen und was ich immer persönlich sehr wichtig finde, ist sich selbst auch Zeit geben, weil wir können gar nicht alles sofort entdecken, sondern es braucht manchmal auch einfach Zeit, genauso wie es bei Ihnen ja auch ein paar Jahre gedauert hat, bis Ihnen das mit den Regenwürmern klar wurde, gibt es auch bei mir und ich bin jetzt auch schon seit ungefähr sechs Jahren auf diesem Weg unterwegs, gibt es auch immer nochmal wieder Neues, wo ich denke, okay, da sind mir jetzt die Augen aufgangen, oh, da habe ich jetzt doch wieder eine Erwartung auf ihn gelegt, zum Beispiel, auf meinen Sohn. Das finde ich, also Augen öffnen und sich Zeit geben zum Augen öffnen, das würde ich mir ganz gerne noch hinzufügen, aus Selbstliebe. Die Hirnforscher nennen das, wie man dann unterwegs ist, eine Haltung und die Haltung, die ich habe, steuert mein Verhalten und wenn ich eine liebevolle Haltung habe, dann kommt was Liebevolles auf der Ebene des Verhaltens raus und deshalb und die Haltungen, die jemand hat, das ist dann dieses Ergebnis dieser Erfahrung, die dann eigentlich die Lösungen repräsentieren und da kann eben eine Haltung heißen, ich muss alles kontrollieren, das ist eine Haltung und das er dann alles kontrolliert, das ist das Verhalten und deshalb wäre es schön, wenn wir unsere Kinder so groß ziehen könnten, dass die die Haltung eines Liebenden herausbilden können, eines Friedensstifters und eines Ermöglichers und nicht das, was wir im Augenblick alles so an schrecklichen Haltungen auf dieser Welt vermuten müssen, weil das Verhalten uns anzeigt, dass da jemand nicht alle Tassen im Schrank hat. es wird mehr, es wird mehr und ich freue mich jetzt schon auf all die Menschen, die sich diesen Kongress hier anschauen, weil auch die sind dann ja scheinbar auf dem Weg, da einfach das lernen zu wollen, noch mehr ihre Augen zu öffnen und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir das weit, 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 weit in die Welt tragen. Ja, ich stelle zum Schluss immer noch eine letzte Frage, von der ich jetzt schon öfter dachte, eigentlich ist die so überflüssig, weil davor wurde schon so viel Wertvolles gesagt und trotzdem war es immer so, dass ich im Nachhinein froh war, diese Frage nochmal gestellt zu haben. Wenn Sie den Namen des Kongresses hören, starke Kinderseelen, bewusste Elternschaft der neuen Zeit, welche eine Sache oder welchen einen Satz möchten Sie dann noch mitgeben, welche eine Sache fällt Ihnen dazu so in Kürze noch ein? Sie dürfen auch etwas wiederholen von dem, was Sie vorher gesagt haben. Das ist relativ banal. Ich würde das mit den Seelen wegsprechen. Starke Kinder. Und ich glaube, dass man mit diesem Begriff der Seele, es gibt so viele breit gelatschte Begriffe in unserer Gesellschaft. Und auf diese blöden Diskussionen, was denn nun die Seele sei, würde ich mich gar nicht gerne einlassen wollen. das ist mit Bewusstsein auch sowas. Da sollen sie alle sich bewusst werden und keiner weiß richtig, was Bewusstsein ist. Und deshalb verschwimmt ein bisschen ihre doch sehr klare Überschrift. Verschwimmt dann durch diesen Seelenbegriff ein kleines bisschen. Aber ich weiß auf der anderen Seite auch, dass es der Versuch ist, diesen Begriff der Seele wieder reinzunehmen, weil wir in dieser materialistischen Welt auch alles sogar unsere Kinder entzählt haben. Und uns selbst auch. Also deshalb es ist okay, aber irgendwie brauchen wir da endlich mal eine Auseinandersetzung, was Seele überhaupt sein soll. Ja, könnte man sich darüber unterhalten. Auf die Bewusstheit. Ich mag das einfach ganz kurz erwähnen. Ich finde das total gut, dass Sie das jetzt so ansprechen, weil das zeigt mir ja auch, es gibt Menschen, die das vielleicht anders deuten als ich. Und ich finde, wir zwei haben uns heute ganz, ganz viel über Bewusstheit unterhalten. Denn für mich ist Bewusstheit genau dieses Augenöffnen. Da bin ich auch bei Ihnen, aber die meisten Menschen reden ja gar nicht von Bewusstheit. Bewusstheit geht ja schon ganz nah in den Bereich der Achtsamkeit, ist eigentlich noch eine größere Form von Achtsamkeit, Bewusstheit. Ich schaue mir sozusagen selbst bei dem, was ich tue, zu. Und der Begriff ist nicht so platt gelatscht, den nehmen Sie nicht so oft da draußen. Aber Bewusstsein, der wird also derartig breit gelaufen. Da müssen wir ein neues Bewusstsein haben und da muss die Transformation des Bewusstseins jetzt endlich kommen und wenn man da fragt, was ist denn das Bewusstsein, dann merkt man, die haben es noch nicht mal so weit gebracht, dass sie sich dessen bewusst wehren, was sie tun. Ja. Also da ist die Bewusstheit noch gar nicht da, aber das Bewusstsein ist schon als große Forderung da, das soll sich das Bewusstsein und auch noch verändern. Da bin ich immer der Meinung, da muss man nochmal genau den Begriff angucken und muss nochmal genau miteinander klären, was man damit meint. Also man kann ja Worte verwenden, aber muss man aufpassen, was man damit meint. Das ist übrigens auch so ein ganz platt gelatschter Begriff ist Liebe. Das ist so traurig, aber leider heißt das, was ich da im Rotlicht Vierteltag kaufen kann, auch noch Liebe. Ja, und das möchte ich nicht. Und da kann man mit etwas Bewusstheit zu jemandem werden, der es in diesem Kontext nicht mehr benutzt, der es diesen Begriff Liebe nur noch dort benutzt, wo er hingehört. Und eine abhängige Beziehung, die auch viele Partner miteinander pflegen, ist keine Liebe. Wenn ich den anderen brauche und ohne den nicht mehr leben kann, da würde ich lieber abhauen. Oder ohne den unglücklich nennen, das reicht ja schon. Hört sich nicht gut an, wenn ich sozusagen plötzlich die Lebensstütze meines Partners werde und er dann in sich zusammenbricht, weil ich nicht mehr da bin. Man müsste sich ja gegenseitig Kraft schenken. Man müsste sich ja gegenseitig in seine Kraft helfen und alles dafür tun, dass der andere in seine Kraft kommt. Und wenn ich der Selbst und Schwächling bin, dass ich den anderen ständig brauche, dann schwierig. Dann dürfen wir uns mit uns selber beschäftigen. Genau das. Okay. Ja, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, für all Ihre Worte, für das Gespräch. Und genau, alle wichtigen Links auf Ihre Seite, die verlinke ich hier drunter, wenn Sie sich, informieren, wenn ihr euch informieren möchtet, über Herrn Hüther noch weiter, dann findet ihr alles unter dem Interview. Und ja, jetzt wünsche ich Ihnen und allen Zuschauenden einfach noch einen schönen Tag, eine gute Zeit und alles Liebe. Tschüss. Okay, ich danke Ihnen und herzliche Grüße an alle, die uns hier zugeschaut und zugehört haben. Alles Gute. Tschüss.